und habt euch gern Ringepiets mit anfassen und so. 19 Lockpicks. Wunderbar. Wunderbärchen. Das läuft ja. Nicht? Das läuft nicht. So. Jetzt wird es aber mit meiner Sicht langsam auch echt. Das nehmen wir natürlich gerne mit hier. Was ist da noch? Nichts. Natürlich nicht. Pistol haben wir nicht mehr. Alles klar. Dann... Was haben wir hier noch? Dunkel wie ein Bärenarsch. Nee, gar nichts. Alter. So. Ist das wieder Stuff oder was? Was ist das? Es sieht aus wie eine Teare. Zu einer anderen Version von diesem Raum das keine Tools in es hat. Was die Tools nicht in da sind? Dann muss sie zurück. Dann muss sie zurück. Dann muss sie zurück. Wenn wir in dieser Teare-Up... Ich glaube nicht, dass es nichts zurückgekehrt ist. Du bist sicher, du willst jetzt gehen? Die Unikorn fühlt sich wie Pukin' Rainbows. Awesome. Wow, so fluffy and so violet. Thanks, man. I appreciate that. Holy crap. Yes. Open it. Ja, wir sind das... Alter, das ist ja voll wie... Das ist absolut wie Butterfly-Effekt. Egal, was wir machen. Wir verändern immer die Zukunft. Das heißt... Oh shit, ich habe echt schon eine Menge falsch angestellt, glaube ich. Oh oh. Also man hätte sich das denken können, aber... Oh shit. Oh shit. Das hört sich nicht gut an. Warum lebt der noch? Was hat der hier gemacht? Boah, das hört sich an wie früher, ey. Oh. 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 What? Raucht, aber nichts passiert. Na gut. Spüre meine Faust. Alter. Sie liegen überall Bomben. Hä? Das geht jetzt hoch, oder was? Oh shit. Oh shit. Wir erfahren zu viel über unsere Zukunft. Das ist nie gut. Wie meinst du das denn? Äh. Was zum Teufel passiert hier gerade? Alter, die räumen ja hier ordentlich auf. Oder sollen die mal schön selber machen? Ich mach mir jetzt sicher mal gesehen. Oder vielleicht doch? Aber die machen das schon. Die sehen ziemlich solide aus, wie die das machen. Oh nein. Oh nein. Böhm. Sorry. Da war ich da so ein dämlicher Death einfach. Ach man, ist das ärgerlich. So wenig gestorben. Bisher. Und dann immer an so doofen Stellen. Bist ich bescheuert. Uh. Da ist einer. Abgeschmiert auch. Sorry Mister. Das hat bestimmt wehgetan. Boah, Mist. Shit. Fängt die mal ab da. Alter, das gibt's ja nicht. Jetzt aber. Next. Please. Für euch hab ich was ganz Besonderes. Viel Spaß damit. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ich verstehe. Alter. Jesus. Jetzt bin ich gerade. Jetzt bin ich gerade. Oh, das ist so schlimm. Wie kommt denn da noch? Das ist unendlicher Spawn, aber. Die spawnen da einfach neu. Das ist ja total bescheuert. Da bin ich schlecht. Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Das kann ja nicht so sein, dass es hier... Ah! Ich regue mich auch noch an. Irgendwie ist da ein Bug. Er braucht unendlich gerade Leute nach. Ah! Und noch etwas Salz! Catch, Booker! Nice. Die spawnen die Hellenmire alle, Alter. Was ist das denn, Alter? Ich hab einfach... Scheiße. Okay, Jedi-Oni-Mo. Einfach durch. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich renne jetzt ja einfach. Lass sie einfach mal. Jesus... Holy crap. Uh. Ach genau. Die kloppen sich immer noch. Och, die kommen schon wieder hier. Oh ja, ja, ich geh ja schon. Tschüssi. War das Nummer 20, oder was? Weiß ich gar nicht. Boah, die Bands sind aber auch gnadenlos, ne? Die sind ja fast so schlimm wie ich. Wir nehmen ja auch alles und jeden auseinander. Jesus. Ich mag alles, was Radikales nicht. Ihr Schweine. Aber scheinbar war's mutig, ich weiß es nicht. So genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Was? Trollo, Trollo. Was macht der denn da? Geil. Ach, stimmt. So, Freunde. Nach dreieinhalb Stunden würde ich jetzt erstmal wieder ein Päuschen machen. Petarus sagt Hallöchen. Oh Gott, geht's jetzt gerade los, oder was? Ach was, Mozilla! Grüß dich! Grüß dich! Hallöchen, Mensch! Dass du nochmal reinschaust, sonst hätte ich ja nicht gedacht. Geht's dir besser, mein Lieber? Wie ist dir? Zwei Uhr drei? Boah, shit. Okay, pass auf, Leute. Ich muss jetzt auf jeden Fall eine Pause machen. Also, deswegen machen wir jetzt mal hier ganz krass. Exit to desktop. Dann natürlich die Back-Grafik. So. Dann. So. Aber nicht aufhören. Beardomio Radio. Genau, das würde ich jetzt auch gerne machen. Ich wollte ihn eigentlich gerade raiden. Scheiße. Mist, das hat ja gut geklappt. Verdammt. Turn it up. Bis gleich, meine Freunde! � P� knives for the next episode. Ekom double Gee! Solo Dauw! Da 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 da. You know I'm harmin' with the D.R.E.. Ja, ja, ja! Du kennst die West Coast che qué achter für allową, Suckors! So putin' raj她 in ish! Putin'처� into! Ain't some shit outta! Top Dog by the Mall, yeah, I'm burnin' it up B.B.G.E.C., you should be turnin' it up C.B.T., L.B.C., yeah, we hookin' back up And when they bang us in the club, baby, you got to get up Cause homies, thug, homies, yeah, they givin' it up Bon pot, your pot, boy, we livin' it up Taking chances while we dancin' in the party, for sure Slit my girl a 44 when she�, Calzлю v.Guard, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.